Hallo liebe werdende Mama, ich bin Marie und in diesem Video nenne ich dir drei Gründe, wieso du unbedingt an einer Kreißsaalführung teilnehmen solltest. Ich bin Mama von zwei Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassagekursleiterin, Rückbildungs- und Pränatal-Yoga-Lehrerin. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt sich ein Abo. Die Geburt ist etwas, vor dem viele Frauen Angst haben und worüber sie sich im Vorhinein viele Gedanken machen. Sie haben Angst vor dem, was auf sie zukommt. Mit guter mentaler Vorbereitung kannst du hier ganz gezielt deine Ängste abbauen und dich gut auf die Geburt vorbereiten. Aber auch der Geburtsort, also das Krankenhaus, in dem du entbinden wirst, spielt eine wichtige Rolle für deine Geburt, im Idealfall eine positive. Im folgenden Video möchte ich dir daher meine drei Gründe vorstellen, warum du auf keinen Fall auf eine Kreißsaalführung verzichten solltest. Los geht's! Grund Nummer drei. Du wirst in einer Umgebung entbinden, die dir schon bekannt ist. Wer kennt folgende Situation nicht? Wenn wir das erste Mal einen Ort betreten, den wir nicht kennen und uns zusätzlich in einer Ausnahmesituation befinden, wie zum Beispiel einem Vorstellungsgespräch, einer Prüfung oder ähnliches, sind wir aufgeregt, angespannt und nervös. Auch die Geburt, nicht nur die erste, ist eine riesengroße Ausnahmesituation. Kommst du nun nach deiner Anfangsphase der Geburt, in der du zu Hause in deiner gewohnten Umgebung warst und dich im Idealfall sehr wohl und sicher gefühlt hast, nun im Krankenhaus an und betrittst völlig unbekanntes Terrain, kann dich das stark verunsichern und deine Geburt massiv negativ beeinflussen und verzögern. Kennst du die Station und den ein oder anderen Kreißsaal, weißt du aber schon mal ganz gut, was dich erwartet. Grund Nummer 2 Teste, ob du dich in den Kreißsälen wohlfühlen kannst. Jeder Raum und jede Umgebung senden Schwingungen aus, die wir unterbewusst wahrnehmen und gegen die wir uns nicht schützen oder wehren können. Es herrscht eine ganz eigene Atmosphäre. Wenn wir beispielsweise einen Raum mit zwei Personen betreten, die sich gerade gestritten haben, spüren wir das meist ganz intuitiv. Es liegt quasi noch etwas in der Luft. Dann hat sicherlich jeder von uns Geschäfte und Cafés, die wir nicht so gerne betreten und welche, wo wir sehr gerne hingehen und uns sehr wohlfühlen. Auch im Kreißsaal weißt du vom ersten Moment an, ob du dich hier wohlfühlen kannst oder ob es sich eher komisch anfühlt. Vertraue auf dieses Gefühl. Wenn dir ein Krankenhaus nicht zusagt, besichtige in jedem Fall noch mindestens ein weiteres. Und bevor wir jetzt zum wichtigsten Grund kommen, like das Video doch schon mal eben schnell, bevor du es gleich vergisst. Kommen wir jetzt zum wichtigsten Grund, an einer Kreißsaalführung teilzunehmen. Stelle Fragen zur Geburt. Natürlich möchte jedes Krankenhaus bei seiner Kreißsaalführung so viele Frauen wie möglich davon überzeugen, dass dies der richtige Ort für die Geburt ihres Babys ist. Aus diesem Grund ist jede Kreißsaalführung auch ein Stück weit Werbeveranstaltung. Alles wird ein bisschen aufgehübscht und vielleicht auch nicht alles erwähnt. Hier lohnt es sich also nach dem offiziellen Vortrag, noch mit der ein oder anderen Hebamme ins Gespräch zu kommen und die Fragen zu stellen, die einem wichtig sind. Interessant wäre zum Beispiel die Kaiserschnittrate. Sie sollte nicht über 30 Prozent liegen. Außerdem könntest du fragen, wie viele Hebammen pro Schicht im Dienst sind. Wenn du weißt, wie viele Kreißsäle es gibt und wie viele Geburten pro Jahr, kannst du dir grob ausrechnen, wie viele Geburten eventuell zeitgleich auf eine Hebamme kommen. Außerdem ist es aufstoßreich zu erfragen, ob das Baby nach der Geburt direkt zur Mama auf die Brust kommt und wie lange auf die Plazenta-Geburt gewartet wird, bevor Medikamente zum Einsatz kommen. Vielleicht ist es für dich auch wichtig zu wissen, wie es im Fall einer Verlegung des Babys in eine Klinderklinik aussieht, wenn deine Wunschklinik keine hat. Wird das Kind per Helikopter verlegt? Darfst du, wenn es dir gut geht, direkt im Krankenwagen hinterherfahren? Wird dein Mann beim Kind bleiben? Und, und, und. Welche Frage im Hinblick auf deine Geburt würdest du einer Hebamme in deiner Wunschklinik stellen? Überlege, was dir ganz persönlich wichtig ist, was du wissen möchtest und was dir zusätzliche Sicherheit gibt, wenn du darüber Bescheid weißt? Schreibe es mir gerne unten in die Kommentare und denke immer dran. Wenn du sechs Leute fragst, die in deiner Wunschklinik entbunden haben, wirst du drei positive und drei negative Erfahrungen zu hören bekommen. Mach dir also bitte dein ganz eigenes Bild und höre auf dein Bauchgefühl, nicht auf andere. Es ist deine Geburt und deine Entscheidung. Das waren meine drei wichtigsten Tipps für dich, auf keinen Fall auf eine Kreißerführung zu verzichten. Und hier habe ich zwei weitere Videos für dich rausgesucht, die auch sehr interessant für dich sein könnten. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.